Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Wiesbaden mit dem Thema Raufmelder. Herzlich willkommen bei Alarmexperte, hier wieder mit meinem Experten, dem Marco und mit mir, mit Christoph. Wir haben hier einen Raufmelder. Raufmelder sind Pflicht in Deutschland, oder? In vielen Bundesländern noch nicht, ist aber bis 2020, so ist es in allen deutschen Bundesländern Pflicht. Hier haben wir einen bestimmten Raufmelder, und zwar ist es ein optischer Raufmelder, was bedeutet, er hat intern eine Lichtschranke, die die Teilchen in oder zwischen der Lichtschranke misst und so feststellt, ob jetzt eine Rauchentwicklung da ist oder eine erhöhte Rauchentwicklung oder eben nicht. Okay, das bedeutet, Rauch sind ja auch Partikel, die kommen hier rein, also der Rauch zieht da rein und wenn das Gerät dann merkt, okay, da kommt die Lichtschranke nicht durch, dann löst er eben aus, ne? Genau, richtig. Okay, was ist das Besondere zu diesem Gerät, wenn ich mir jetzt, es gibt natürlich auch welche im Baumarkt oder ähnliche zu kaufen, was kann ich mit dem mehr machen als mit einem stinknormalen, den ich mir einfach so irgendwo hole? Na, der riesengroße Vorteil ist natürlich zum einen, dass er, so wie die im Baumarkt, auch 24 Stunden überwacht. Wir haben ihn direkt in der Alarmanlage eingebunden. Okay. Das heißt, wenn der Rauchmeller auslöst, löst nicht nur der Rauchmeller die Akustik aus, sondern eben auch die Alarmzentrale. Okay. Und was noch wichtiger ist, dass natürlich die Alarmzentrale auf der Leitstelle aufgeschalten ist und so würde eben auch die Leitstelle informiert werden und die könnte dann die Intervention ausrufen. Genau. Also bedeutet, wenn ich jetzt im Urlaub bin, Mallorca, Teneriffa oder auf den Seychellen und zu Hause am technischen Effekt, sind ja oftmals technische Geräte, die sowas auslösen, dann wird dieser Rauchmeller nicht nur einfach piepen, sondern er würde gleichzeitig dafür sorgen, dass Hilfe kommt. Richtig, genau. Und der große Vorteil ist eben auch, dass man per App dann informiert wird, dass man selbst auch weiß, was passiert. Und so weiß man nicht nur a, selbst Bescheid, dass was passiert ist, sondern eben auch die Feuerwehr bzw. die Leitstelle. Und dann kann man sich gleich um alles kümmern. Okay, super. Rauchmelder retten Leben, ganz, ganz wichtiges Thema. Und mit einem solchen Rauchmelder, der mit der Alarmanlage verbunden ist, kommt auch gleich Hilfe von außen, wenn Sie schlafen oder nicht da sind, dass das Haus nicht einfach abbrennt, pietend, sondern dass eben da wirklich aktiv jemand eingreift. Das hätte ich nicht sagen. Danke, Marco. Gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.